Schönen guten Morgen zusammen bei den LernSnacks. Heute geht es um das Thema, ich habe so Angst vor der Mathe-Prüfung oder Hilfe, ich schreibe Mathe und ich kann kein Mathe. Ich möchte dir sagen, keine Angst vor der Prüfung, du schaffst das und ich möchte dir auch ein paar Gründe nennen, warum das so ist. Also, wir legen los, viel Spaß! Viele Schüler haben Angst vor Mathe. Die sagen, ich kann kein Mathe, ich kapiere das nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll, Mathe ist so schwer, ich werde bestimmt versagen, ich werde bestimmt meine Quali nicht bekommen, ich werde bestimmt meinen Abschluss nicht bekommen. Ja, die Prüfung ist wichtig. Die macht jetzt von den ZP10-Prüfungen ungefähr ein Sechstel von den Noten aus. Du hast ja Vornote, Prüfungsnote und das Ganze für drei Fächer. Und wenn du am Ende deinen Abschluss oder vor allen Dingen deine Quali haben möchtest, dann brauchst du halt eben bestimmte Noten, damit du das schaffen kannst. Es gibt einfach Schüler, die können Mathe und dafür kein Deutsch und Englisch oder es gibt Schüler, die können Deutsch oder Englisch oder beides und die können dafür kein Mathe, sagen sie zumindest. Jetzt hast du aber schon zwei ZP10 hinter dir und kannst dir so ein bisschen einschätzen, wie es bisher gelaufen ist. Von daher würde ich da an deiner Stelle gar nicht so viele Sorgen mir jetzt machen, weil man hat ja ein Gefühl und wenn du dir mal überlegst, es war ja eigentlich bisher relativ schaffbar. Du könntest theoretisch also schon mal ein ganz gutes Gefühl haben, wenn du natürlich Prüfungsangst generell hast oder Probleme mit dem Zeitmanagement oder Diskalkulie. Guck das Video auf jeden Fall zu Ende und guck dir auch mein Video zu Prüfungsangst an, denn da gebe ich dir ein paar Tipps. Die Mathe-Prüfung besteht ja im Prinzip aus zwei Teilen. Erstmal ein Basisteil, wo du einfach bestimmte Aufgaben einzeln abarbeitest, wo es um bestimmte Einzelthemen geht. Und du hast den Prüfungsteil 2, wo du komplexe Textaufgaben lösen sollst. Zu den komplexen Textaufgaben habe ich ein Video gemacht. Außerdem habe ich einen Artikel geschrieben, den ich hier verlinken werde in der Beschreibung. Auf jeden Fall, diese komplexen Aufgaben, diese komplexen Textaufgaben, die geben an ganz, ganz vielen Stellen Punkte. Du musst dir vorstellen, es gibt für so eine Teilaufgabe ungefähr 19, 20, 18 Punkte, ungefähr. Und das bedeutet, dass du ganz, 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 ganz viele Punkte sammeln kannst im Laufe der ZP10. Und das bedeutet wiederum, dass du natürlich auch, wenn du ganz, ganz viele Punkte sammelst und dann noch ein bisschen ordentlich arbeitest und dann noch ein bisschen darauf achtest, dass du halt eben Einheiten richtig setzt, dann kannst du es eigentlich schaffen, eine ziemlich gute, sichere, vier oder sogar besser zu bekommen. Und es geht manchmal wirklich um Dinge, die ganz auf der Hand liegen. Du musst dir den Text durchlesen und musst gucken, aha, was steht da drin? Und du musst natürlich deine Formelsammlung kennen. Du kannst alles mit dem Taschenrechner machen und in der Formelsammlung steht im Prinzip alles drin, was du benötigst oder fast alles. Und wenn du einen Überblick über diese Formelsammlung bekommen hast, dann wird dir bestimmt in der Prüfung auch auffallen, oh, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, ah, dann kann man das machen, oh ja, das kenne ich, oh, die Zahlen, die helfen mir ja weiter. Oh, da steht was von einem Würfel. Ja, und wenn du dann sofort in deinem Kopf diesen Aha-Effekt hast, ah, Würfel, dann gucke ich doch mal in der Formelsammlung nach, was da zu einem Würfel ist. Aha, da brauche ich eine Seitenlänge. Oh, da ist hier eine Seitenlänge. Und so kannst du deine Lösungen selber zusammensuchen. Du musst nichts mathematisch auswendig lernen. Du musst in den Aufgaben natürlich die Zahlen und Werte und Maßeinheiten und Fachbegriffe und Aufgabenstellungen, also Anweisungen finden. Das ist ja im Prinzip nichts Neues. Und wenn du das gemacht hast, dann musst du eigentlich nur noch die Werte in die Formel einsetzen und gibst das Ganze in den Taschenrechner ein. So einfach ist Mathe, das Ganze mache ich ja in meinen Videos zu den ZP10-Themen, verlinke ich auch nochmal unten. Da rechne ich dir im Prinzip die Schritte vor. Das heißt, du musst nur noch die Schritte auswendig lernen, damit du dann am Ende auf die Ergebnisse kommst. Die Zahlen verändern sich, aber im Prinzip ist das Muster das Gleiche. Ja? Gut. Also, musst du noch Angst haben vor der Mathe-ZP10? Jetzt kann ich nur noch sagen, viel Erfolg für die Prüfung. Danke, dass du reingeschaut hast. Wenn du es noch nicht getan hast, hinterlass mir ein Abo, gib mir ein Like, schreib einen Kommentar, bleib gesund. Das war es von den Nernstags. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020